1. Buch, 30. Kapitel Welche Mittel ein Fürst oder eine Republik anwenden muss, um diesem Laster der Undankbarkeit zu entgehen, und welche der Feldherr oder der Bürger, um nicht durch dasselbe unterdrückt zu werden. Um dieser Notwendigkeit in Argwohn leben oder undankbar sein zu müssen zu entgehen, muss ein Fürst persönlich sich auf die Feldzüge begeben, wie es anfänglich die römischen Kaiser taten, wie es in unseren Zeiten der Türke tut und wie es diejenigen getan haben und tun, welche tapfer sind. Denn im Falle des Sieges ist der Ruhm und die Eroberung ganz die Irre. Wenn sie aber nicht dabei sind, glauben sie, da der Ruhm einem anderen gehört, auch der Eroberung sich nicht bedienen zu dürfen, werden sie nicht in dem anderen den Ruhm vernichten, den sie für sich nicht zu gewinnen gewusst haben, und werden undankbar und ungerecht und ihr Verlust ist ohne Zweifel größer als ihr Gewinn. Wenn sie, trotzdem aus Trägheit oder Mangel, an Klugheit, müßig zu Hause bleiben und einen Feldherrn schicken, so kann ich ihnen keine andere Vorschrift geben, als die, sie schon selbst wissen. Dem Feldherrn jedoch, welcher den Stichen der Undankbarkeit nicht entgehen zu können meint, rate ich eins von zwei Dingen zu tun. Entweder gleich nach dem Siege das Heer zu verlassen und sich mit Vermeidung jeder übermütigen oder ehrgeizigen Handlung in die Hände seines Fürsten zu begeben, damit dieser jedes Argwohns beraubt, Ursache habe, ihn entweder zu belohnen oder doch nicht zu verletzen. Oder, wenn ihm dies nicht tunlich scheint, herzhaft die entgegengesetzte Partei zu ergreifen und alle die Schritte zu tun, durch welche er zu bewirken glaubt, dass jene Eroberung seine eigene und nicht die des Fürsten werde, indem er sich die Soldaten und Untertanen geneigt macht, neue Bündnisse mit den Nachbarn schließt, mit seinen Leuten die Festung besetzt, die vornehmsten seines Heeres besticht, derer, die er nicht bestechen kann, sich versichert und durch diese Schritte seinen Herrn für die Undankbarkeit zu bestrafen sucht, die dieser gegen ihn üben würde. Andere Wege gibt es nicht. Aber wie oben gesagt wurde, die Menschen verstehen weder ganz böse noch ganz gut zu sein. Und so geschieht es jederzeit, dass sie sofort nach dem Siege das Heer nicht verlassen wollen, sich bescheiden zu benehmen nicht vermögen und gewaltsame Maßregeln und solche, die etwas Ehrenvolles in sich haben zu ergreifen, nicht verstehen. So, dass sie unentschlossen schwankend während dieses Zauderns und Schwankens erdrückt werden. Was eine Republik betrifft, welche dieses Laster des Undankbarseins vermeiden will, so kann man ihr nicht dasselbe Auskunftsmittel bieten wie dem Fürsten, dass sie nämlich auf ihre Feldzüge gehe und nicht schicke, da sie genötigt ist, einen ihrer Bürger zu schicken. Ich muss ihr daher als Auskunftsmittel vorschlagen, dass sie dasselbe Verfahren innehalte, welches die römische Republik beobachtete, um weniger undankbar zu sein als die übrigen, ein Verfahren, welches aus ihren Regierungseinrichtungen hervorgang. Da nämlich die ganze Stadt die Adeligen wie die Nicht-Adeligen sich des Krieges beflissen, so traten immer in Rom zu jeder Zeit so viele tapfere und mit verschiedenen Siegen geschmückte Männer auf, dass das Volk keine Ursache hatte, wegen eines von ihnen Besorgnis zu hegen, in dem ihrer viele waren und einer den anderen bewachte. Und so rein hielten sie sich und so scheu den Schein des geringsten Ehrgeizes zu erwecken und dem Volke Veranlassung zu geben, ihrem Ehrgeiz entgegenzutreten, dass wenn sie zur Diktatur gelangten, derjenige den größten Ruhm davontrug, der sie am schnellsten wieder niederlegte. Und da ein solches Verfahren keinen Argwohn erzeugen konnte, so erzeugte es auch keine Undankbarkeit. Sodass also eine Republik, die keine Veranlassung haben will, undankbar zu sein, sich wie Rom verhalten muss, und ein Bürger, der ihren Stichen entgehen will, die Schranken innehalten, welche die römischen Bürger innehielten.